Mein Name ist Christian Fuchs und ich bin der Kreisvorsitzende der Mittelstandsvereinigung im Kreis Pinneberg und wir bieten ein Sprachrohr für die Interessen des Mittelstandes in der Politik, weil es keine gibt. Wir sind das einzige Sprachrohr für den Mittelstand in der Politik und wir sind auch an allen politischen Stellen direkt vertreten, das heißt Kommunalparlamenten, Landesparlamenten und bis in den Deutschen Bundestag hinein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017